Es ist wahr, dass das Überspringen des Frühstücks das Risiko eines Schlaganfalls um bis zu 27 Prozent erhöhen kann. Das ist korrekt. Es ist möglich, dass Sie sich nicht bewusst sind, welche Auswirkungen die Wahl Ihres Frühstücks auf Ihre Gesundheit haben kann. Das Frühstück wird häufig als die bedeutendste Mahlzeit betrachtet, jedoch ist das nicht BE allen gleich. Einige Frühstücksarten können das Risiko für Schlaganfälle, Herzkrankheiten, hohen Cholesterinspiegel und andere ernsthafte gesundheitliche Probleme erhöhen. In diesem Video werden zehn Frühstücksvarianten gezeigt, die vermieden werden sollten. Wir werden detailliert untersuchen, wie sich diese Frühstücksnahrungsmittel auf Ihre Gesundheit auswirken können. Sie lernen auch, welche Lebensmittel vermieden werden sollten und wie man sie durch gesündere Alternativen ersetzen kann, die die Herzgesundheit und das Wohlbefinden schützen. Könnten Sie uns einen Gefallen tun, bevor wir starten? Durch das Geben eines Daumen hoch können Sie uns helfen, diese lebensrettende Botschaft bekannt zu machen. Abonnieren Sie Combat Heart Disease und aktivieren Sie das Glockensymbol, um kein neues Video zu verpassen. Bleiben Sie informiert, um herauszufinden, wie Sie zwei herzgesunde Geschenke kostenlos erhalten können. Sie werden es garantiert lieben. Beginnen wir. Artikel 10 Müsli Zuckerhaltiges Müsli kann ein toller Start in den Tag sein, ist jedoch ungesund. Zuckerhaltiges Getreide enthält häufig zugesetzten Zucker, der zu schnellen Blutzuckerspitzen und anschließenden Blutzuckerabstürzen führt. Sie erleben Hunger und Müdigkeit. Der Achterbahneffekt ist nicht nur anstrengend, sondern erhöht auch das Risiko von Fettleibigkeit und Diabetes. Diese Krankheiten sind eng mit dem Risiko eines Schlaganfalls verbunden. Zuckerhaltigen Müsli fehlen oft wichtige Nährstoffe und Ballaststoffe. Es handelt sich um Lebensmittel mit leeren Kalorien, die nicht die erforderliche Energie liefern, um Ihren Körper tagsüber optimal funktionieren zu lassen. Entscheiden Sie sich stattdessen für Vollkorngetreide, das reich an Ballaststoffen und arm an Zucker ist. Vollkorn unterstützt die Stabilisierung des Blutzuckers und die Förderung der Herzgesundheit. Fügen Sie frisches Obst, Nüsse oder Samen zu Ihrem Müsli hinzu und genießen Sie ein köstliches Frühstück. Diese Ergänzungen erhöhen den Nährwert, indem Sie Vitamine, Mineralien und gesunde Fette bereitstellen. Als nächstes werden wir ein beliebtes Frühstück besprechen, das köstlich aussieht. Mäßig jedoch birgt es versteckte Gefahren für Ihr Herz. Nummer 9 – Fleischverarbeitung Dieses verarbeitete Fleisch wird oft zum Frühstück serviert. Allerdings haben sie bedeutende Gesundheitsrisiken. Dieses Fleisch kann einen hohen Natrium- und gesättigten Fettgehalt haben, die beide schädlich für die Herzgesundheit sind. Gesättigte Fette steigern nachweislich den Cholesterinspiegel und führen zu Arterienverkalkung. Dies erhöht das Risiko für Schlaganfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Verarbeitetes Fleisch kann zudem zahlreiche Zusatz- und Konservierungsstoffe enthalten, die langfristig schädlich sind. Diese Substanzen können Entzündungen verursachen und sind mit Krebs und anderen chronischen Beschwerden verbunden. Um das Risiko eines Schlaganfalls zu verringern und die Gesundheit Ihres Herz-Kreislauf-Systems zu verbessern, ist es ratsam, proteinreichere Lebensmittel mit weniger Fett zu wählen. Die besten Ersatzstoffe für verarbeitetes Fleisch sind Eier, Putenspeck oder Hühnerwurst. Alle notwendigen Proteine werden geliefert ohne ungesunde Fette und Natrium. Diese simplen Anpassungen haben langfristig positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Wir präsentieren Ihnen ein Frühstücksgrundnahrungsmittel, das oft fälschlicherweise als gesunde Alternative betrachtet wird. Jedoch kann tatsächlich alle Ihre Bemühungen um eine herzgesunde Ernährung sabotieren. Rang 8. Gebäck Dieses Gebäck, wie Croissant, Plundergebäck und Zimtschnecken, ist zweifellos köstlich, jedoch eventuell nicht die optimale Frühstückswahl für Sie. Zur Herstellung dieser leckeren Backwaren wird Weizenmehl verwendet. Personen, denen die Ballaststoffe und Nährstoffe fehlen, die in Vollkorn enthalten sind. Gemäß einer Studie, die im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, erhöht eine Ernährung reich an raffiniertem Getreide das Risiko eines Schlaganfalls und schwerer kardiovaskulärer Ereignisse um 27%. Gebäck enthält eine beträchtliche Menge an Transfetten. Diese ungesunden Fette können das Risiko eines Schlaganfalls und einer Herzerkrankung erhöhen. Transfette können den LDL-Spiegel schlechtes Cholesterin erhöhen und gleichzeitig den HDL-Spiegel gutes Cholesterin senken, was zur Bildung von Plak in den Arterienwänden führt. Für eine gesündere Morgenmahlzeit sollten Sie Vollkorn-Alternativen wie Vollkorntoast oder Muffins in Erwägung ziehen. Diese Optionen weisen einen höheren Ballaststoff- und Nährstoffgehalt als herkömmliches Gebäck auf. Sie unterstützen die Aufrechterhaltung eines konstanten Energieniveaus und fördern die Gesundheit des Herzens. Danach werden wir ein scheinbar harmloses Frühstücksgericht besprechen, das zu Blutzuckerabfällen und Spitzen führen kann. Suchen Sie nach dem, was es ist. Artikel 7 Weißbrot Obwohl Weißbrot zum Frühstück beliebt ist, ist es nicht die beste Möglichkeit, Schlaganfällen vorzubeugen. Weißbrot kann einen hohen glykämischen Index haben, was dazu führen kann, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt. Insulinspitzen und nachfolgende Insulinabfälle können dazu führen, dass sie sich müde und hungrig fühlen. Auch Weißbrot wird aus raffiniertem und verarbeitetem Mehl hergestellt, dem Ballaststoffe und Nährstoffe fehlen. Wählen Sie Vollkornbrot für Ihren Frühstückstoast aus. Kombinieren Sie es mit proteinreichen Belägen wie Avocado oder Nussbutter für eine ausgewogene, herzgesunde Mahlzeit. Bald werden wir Ihnen ein beliebtes Lebensmittel enthüllen, das tatsächlich voller ungesunder Fette steckt. Verpassen Sie es nicht. Lektion 6 Pfannkuchen Obwohl Pfannkuchen ein wichtiges Frühstücksnahrungsmittel sind, sind sie möglicherweise nicht die wirksamste Methode, um Schlaganfällen vorzubeugen. Für die Herstellung von traditionellen Pfannkuchen wird Weißmehl verwendet, dem jedoch die Ballaststoffe und Nährstoffe fehlen, die in Vollkorn enthalten sind. Dies kann zu schnellen Blutzuckerspitzen und Abfällen führen und Sie müde und hungrig machen. Sirup, der häufig für das Überziehen von Pfannkuchen verwendet wird, ist reich an Zucker. Die Kombination von Pfannkuchen mit hohem Zuckergehalt und Sirup kann zur Gewichtszunahme führen und steigert das Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit. Wählen Sie zwischen Vollkornpfannkuchen oder probieren Sie Alternativen wie Haferflockenpfannkuchen mit Vollkornhafer. Diese Optionen bieten eine Fülle an Ballaststoffen und Nährstoffen, die zur Regulierung des Blutzuckers beitragen. Wählen Sie gesunde Beläge wie frisches Obst oder kleine Mengen natürlicher Süßstoffe wie Honig oder Ahornsirup. Auf diese Weise wird der Geschmack verbessert, ohne die Gesundheit zu beeinträchtigen. Es ist von Bedeutung zu realisieren, dass wir uns der Halbzeit annähern. Viele Frühstücksspeisen könnten weniger gesund sein als gedacht. Irreführende Werbung und verschwiegene Gefahren können ihre Gesundheit gefährden. Getreideprodukte, die als Vollkorn gekennzeichnet sind, können große Mengen Zucker enthalten. Gemäß der Environmental Working Group enthalten über die Hälfte der Kindermüslis pro Portion mehr Zucker als ein Twinkie. Ähnlich wie beeiferarbeitetem Fleisch, das als natürlich vermarktet wird, enthalten diese Lebensmittel zu viel Natrium und andere Konservierungsstoffe. Dies fördert Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Diese irreführenden Aussagen wurden vom Center for Science in the Public Interest betont. Es ist wichtig, immer die Zutatenliste und die Nährwertangaben zu lesen, um sich zu schützen. Wir werden bald das Geheimnis der ungesunden Fette in einem beliebten Frühstück lüften. Bleiben Sie informiert. Frühstück im Schnellrestaurant Nummer 5 Diese Fastfood-Optionen sind bequem, aber enthalten häufig ungesunde Fette und Natrium. Diese Nahrungsmittel erhöhen das Risiko für chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herzkrankheiten. Fastfood-Frühstücke weisen häufig einen Mangel an wichtigen Nährstoffen wie Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien auf. Diese Nährstoffdefizite können langfristige Gesundheitsprobleme verursachen, wie zum Beispiel ein geschwächtes Immunsystem und ein allgemein schlechter Gesundheitszustand. Durch den Verzehr von magerem Eiweiß, Vollkornprodukten und Obst sowie Gemüse in Ihrer Morgenroutine versorgen Sie Ihren Körper mit den Nährstoffen, die er benötigt, um sein Energieniveau aufrecht zu erhalten, kognitive Funktionen zu unterstützen und Ihre allgemeine Gesundheit zu fördern. Sie haben die Möglichkeit, die Zutaten, Portionsgrößen und die allgemeine Gesundheit Ihres Frühstücks zu kontrollieren, indem Sie es zu Hause zubereiten. Wir werden über ein gesundes Frühstück sprechen, das gesund erscheinen mag. Jedoch könnte die Einhaltung Ihres herzgesunden Ernährungsplans tatsächlich beeinträchtigt werden. Verpassen Sie es nicht! Nummer 4. Aromatisierte Joghurts Aromatisierter Joghurt bietet eine großartige Frühstücksmöglichkeit, jedoch hat er einen Nachteil. Er enthält zusätzlichen Zucker. Viele aromatisierte Joghurts enthalten mehr Zucker als Süßigkeiten und können den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe treiben und wieder abfallen lassen. Es ist möglich, dass Sie sich müde und hungrig anstelle von Energie geladen und zufrieden fühlen. Diese Joghurts enthalten zwar viel Kalzium und Protein, aufgrund ihres hohen Zuckergehalts sind sie jedoch eher eine süße Leckerei als eine gesunde Option zum Frühstück. Verwenden Sie einfachen griechischen Joghurt und fügen Sie dann natürliche Süßstoffe wie frisches Obst, Honig oder Ahornsirup hinzu. So können Sie eine gesunde und sättigende Mahlzeit genießen und gleichzeitig den Zuckergehalt kontrollieren. Ein einfacher Austausch kann dazu beitragen, das mit dem Zuckerkonsum verbundene Schlaganfallrisiko zu verringern und Ihren Tag gesünder zu starten. Danach untersuchen wir ein scheinbar gesundes Frühstück, das überraschend viel versteckten Zucker enthalten kann. Nummer 3. Fruchtdrinks. Smoothies sind eine gesunde und praktische Frühstücksoption. Es ist jedoch wichtig, immer den Zuckergehalt zu beachten. Smoothies in Fastfood-Restaurants oder Geschäften sind häufig mit Zucker überladen, ob sie aus Fruchtsäften oder Speiseeis stammen. Sie haben die Möglichkeit, die Bestandteile Ihrer Smoothies zu überwachen und sie gesünder zu gestalten, indem Sie sie eigenhändig zubereiten. Um den Proteingehalt zu erhöhen, können Sie griechischen Joghurt, Proteinpulver oder Tofu hinzufügen. Dies fördert die Regeneration Ihrer Muskeln und sorgt für Sättigung. Avocados, Nüsse oder Nussbutter enthalten gesunde Fette, die die Nährstoffaufnahme verbessern können und sie bis zur nächsten Mahlzeit sättigen. Um den Blutzuckerspiegel auszugleichen, können Sie Ihren Smoothie mit Datteln oder Honig süßen. Folgen Sie diesen Tipps, um Ihre eigenen Smoothies zuzubereiten und genießen Sie eine köstliche, nährstoffreiche Mahlzeit, die die allgemeine Gesundheit fördert. Untertitelung des ZDF, 2020